moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch einen glitch zeigen wie ihr unendlich afk runen farmen können und das ganze im pvp durch diesen glitch seid ihr unsterblich das heißt die gegner werden versuchen euch zu töten und wenn sie merken dass das gar nicht geht dann werden sie die runde verlassen bzw wieder zurück kreisen und dadurch kriegt ihr dann runen alles was sie dafür braucht ist die kriegs asche karianische erhabenheit und irgendein schild ohne talent und ohne kriegs asche ihr diese kriegs asche her bekommt zeige ich euch jetzt und zwar müsst ihr hier nach oben zur oberen ebene des anwesens einmal hingehen und wenn ihr dann hier seid dann läuft den selben weg wie ich ich werde das ganze jetzt bisschen schneller machen und falls euch das alles viel zu schnell ist dann könnt ihr ja die wiedergabe geschwindigkeit des videos einmal runter schrauben in diesem video habe ich die asche schon aufgehoben aber falls ihr sie noch nicht habt wird sie hier bei dieser leiche sein als nächstes macht ihr die kriegs asche auf irgendein schwert drauf und packt es auf die linke hand und auf eure rechte hand muss irgendein schild ohne irgendein talent und ohne eine kriegs asche leute wenn ihr dann soweit ready seid dann aktiviert eure kumpfinger medizin danach die spötter zunge und ihr könnt sogar noch den weißen ring aktivieren und als nächstes müsst ihr dann das schwert was ihr normalerweise in der linken hand habt beidhändig halten und die kriegs asche einmal aktivieren mit l2 und sobald ihr das gemacht hat drückt ihr auf optionen auf ausrüstung und entfernt das schwert wieder wenn ihr das richtig gemacht habt könnt ihr mit eurem charakter nicht mehr laufen ihr seid einfach stakt aber dann seid ihr unsterblich jetzt müsst ihr nur noch warten bis die ganzen leute das spiel verlassen und so könnt ihr dann die ganzen runen farmen zurzeit weiß ich noch nicht wie man aus diesem modus wieder rauskommt also ich mache das immer so wenn ich genug runden gefarmt habe starte ich das spiel einmal neu dann spawnt ihr wieder ganz normal jedoch sterbt ihr dann einmal aber ihr spawnt wieder an der gleichen stelle und könnt so eure runen wieder aufheben das war's dann mit dem video viel spaß leute und bis zum nächsten mal Ciao